Stell dir mal vor, du stehst seit langem wieder in der Startelf, machst einen wichtigen Pass nacheinander, dribbelt die Gegner zu Tode, machst 4-5 Scorer und verhilfst damit dein Team zum wichtigen Auswärtssieg in der Liga. Nach den Spielen wirst du zum Man of the Match gekürt. Wie gewohnt bekommt der beste Spieler des Spiels entweder einen Pokal, eine Urkunde oder vielleicht ein mit Diamanten bezogenes Auto. Aber extra für dich waren sie besonders kreativ und schenken dir ein paar Badeschlappen. Ja, richtig gehört. Der Man of the Match in der ghanaischen Premier League bekommt kein Geld, keine Trophäe, keine Urkunde, sondern ein paar verfickte Badeschlappen. Ich stelle mir die ganze Situation so vor. Hey, your boss, wo ist die Trophäe für den besten Spieler des Spiels? Scheiße, ich habe die zu Hause vergessen. Was sollen wir ihnen jetzt geben? Hier, nimm einfach meine Schuhe. Die sind zwar schon benutzt worden und stinkt nach Scheiße, aber das wird er bestimmt nicht merken. Auch wenn ein paar Badeschlappen als Man of the Match Trophäe absolut komisch ist, sind solche verrückten Preise ganz normal im afrikanischen Fußball. Denn der Grund für solche kuriosen Preise ist, dass der afrikanische Fußball im Vergleich zum europäischen oder amerikanischen Fußball nicht das nötige Geld zur Verfügung steht, um jede Woche den besten Spieler eine Trophäe zu übergeben. Deshalb improvisieren viele Fußballverbände und schenken anstatt einen fetten Pokal ein Gegenstand oder eine Sache, die man im Leben gebrauchen könnte. Auch sind die Spieler der nationalen Ligen von beispielsweise Ghana, Mosambik oder Kenia nicht so reich wie Spieler aus den Top-Ligen Europas, die sich sowas locker leisten können. Trotzdem ist es als privilegierter Europäer echt kurios, was für komische Man of the Match Awards auf der Welt gibt. Beginnen wir mit der ersten Kuriosität und die hat der Mittelfeldspieler Chlompho Kekena in der südafrikanischen Liga bekommen. Und zwar 5 GB Internet-Datenvolumen von der Telekom. An sich eine geile Sache, aber stell dir vor, er hat einen Vertrag bei Vodafone und er bekommt einfach 5 GB von der Telekom. Digga, das ist so als würde man ein Xbox-Videospiel geschenkt bekommen, obwohl man keine Xbox besitzt, sondern eine Playstation. Junge, was soll er damit dann machen? Dann gibt es noch Botswana, die schenken dem Player of the Match eine große Tüte Lebensmittel und im Nachbarland Zimbabwe bekommt der Spieler of the Match zwei Kasten Bier vom offiziellen Partner Kastle gespendet. Könnte glatt so auch in der Kreisliga passieren. Am geilsten ist man in Kenia drauf, dort bekommt der Spieler des Monats einfach einen üppigen 49 Zoll Flachbildfernseher. In der sudanischen 1. Fußballliga bekommt der Spieler des Spiels ein Kanister Motoröl, ob er überhaupt ein Fahrzeug besitzt ist halt frag mich und in Ghana wie gesagt ein paar Adidas schlappen. Aber die absurdeste Auszeichnung, die ein Spieler für seine starken Leistungen in einem Spiel erhielt, gab es in Malawi. Dort bekam man ein Huhn. Kein gebratenes Hähnchen, was man sich so am Abend mit der Familie zubereiten kann, nein. Sondern man bekommt einfach ein verdammtes lebendiges Huhn. Digga WTF, wie kommt man bitte schön auf eine Idee einfach ein lebendiges Huhn zu schenken? Bester Preis. Stellt euch mal vor, das wäre in Europa so. Und Ronaldo bekommt plötzlich nach dem Spiel einfach ein lebendiges Huhn in die Hand gedrückt. Nicht nur Ronaldo wäre geschockt, sondern die Premier League hätte ein mächtiges Problem mit einigen Tierschutzverbänden und Veganern. Wir reden und lachen gerade die ganze Zeit über den afrikanischen Fußball. Aber die geilste Man-of-the-Match-Auszeichnung gab es in den Niederlanden. Dort bekam Viktor Palsson für seine hervorragenden Leistungen auf dem Platz für den niederländischen Erstligisten Nick Niemingen als Belohnung eine Autowäsche von drei leicht bekleideten Frauen spendiert. Preisträger Viktor Palsson sagte danach, dass sein Auto noch nie sauberer war. Ja Leute, wurdet ihr schon mal für eure hervorragenden Leistungen in einem Spiel oder in einem Turnier zum Beispiel geehrt? Wenn ja, dann schreibt mal gerne in die Kommentare, welchen Preis auf dieser Liste ihr am liebsten hättet. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst gerne ein Abo auf meinem Kanal da. Wir sind kurz vor den 5000 Abonnenten auf YouTube. Das wäre mega, wenn wir die in den nächsten Monaten knacken könnten. Das war es mit dem Video, bis nächstes Mal und ciao.